Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Aszendent Abnormal, der etwas andere Astrologie-Podcast. Mein Name ist Barbara Wieninger und heute möchte ich mit euch über den Planeten Saturn reden. Erstens, weil es ganz gut zum Anlass passt, denn der Saturn zeigt sich aktuell, also Ende März, Anfang April, im Mundanhoroskop. Also in dem Horoskop, das quasi für uns alle gilt, also die allgemeinen Konstellationen. Dadurch spüren wir alle ein bisschen von dieser Energie. Und zweitens auch, weil ich selbst gerade durch eine Saturnphase gehe in meinem Horoskop und was das mit mir macht. Ja, von Saturn habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört und wahrscheinlich nicht nur Gutes, denn er gilt in der Populärastrologie so ziemlich als das krasse Gegenteil vom Jupiter, über den ich beim letzten Mal gesprochen habe. Der Saturn, der schränkt ein, der weist meistens auf Probleme hin. Und im Gegensatz zum eher optimistisch-idealistischen Jupiter ist das Saturn realist. Um nicht zu sagen, wahrscheinlich ein bisschen sogar pessimist. Im besten Sinne wiederum ist er unser Rückgrat und steht auch für unsere Gewissen. Im schlechtesten Fall ist er aber ein ständiger innerer Kritiker, dem man es nie recht machen kann. Und irgendwie hängt man mit diesem Saturn auch immer ein bisschen in der Vergangenheit fest und man tut sich schwer, frei und loszulassen. Das heißt, wo Saturn in unserem Geburtshoroskop steht, da geht es einfach nicht leicht. Und wir brauchen vor allem viel Geduld. Ja, Saturn nennt sich nicht umsonst auch der Hüter der Zeit. Und oft kommen wir in diesem Bereich sogar mit einem Mangel auf die Welt. Oder zumindest bekommen wir nichts geschenkt. Und vielleicht sind wir dann auch in diesem Bereich mit diesen Umständen so ein bisschen verhärtet, vielleicht sogar ein bisschen zynisch. Jetzt versuchen manche Menschen dieses Minus, das man da wegen Saturn hat, quasi wettzumachen. Und das tun sie, indem sie besonders viel tun und besonders viel arbeiten und besonders viel erreichen wollen. Und gerade deswegen können Menschen mit sehr komplizierten oder starken Saturn-Aspekten aber auch sehr viel erreichen und besonders erfolgreich und fleißig sein. Dennoch muss man sagen, solche Menschen werden sich vermutlich nie auf dieses Glück verlassen, dass es eh gut geht. Und ob es ihnen mit dieser Energie auch immer so gut geht, das sei auch dahingestellt. Wenn nun dieser Saturn im Horoskop in einem Bereich steht, in dem es darum geht, dass man an sich arbeitet, wo man Struktur hineinbringen muss und so weiter und so fort, dann kann er sich natürlich bestens entfalten, denn Ordnung machen und aufräumen, das kann dieser Saturn wirklich gut. Steht er allerdings in sensiblen Bereichen, zum Beispiel im zwölften Haus im Horoskop oder bei deinem Mond oder auch bei der Venus. Also überall da, wo es eher um Gefühle geht, wo man wirklich auch ein bisschen so die Gefühle fließen lassen soll, wo es sogar hilfreich ist, wenn man ein bisschen verletzlich und nicht immer nur perfekt geordnet ist, da ist dieser Saturn nicht immer eine große Hilfe und er kann dann auch Hemmungen und Blockaden anzeigen und das ist natürlich schon schwieriger zu leben. Wenn jetzt Saturn in deinem persönlichen Horoskop nicht gut aspektiert ist, also wenn da Oppositionen da sind oder wie gesagt zu Aspekte zum Mond, zur Sonne und so weiter und wenn es ein bisschen komplizierter ist, heißt das aber noch lange nicht, dass das immer so bleiben muss, dass sich das nie verändern kann, nie besser werden kann. Erstens ist ein Geburtshoroskop ja nichts Statisches, denn wie der Name schon sagt, geht es vom Geburtszeitpunkt aus, aber man entwickelt sich ja weiter mit den Jahren jedenfalls, im besten Sinne und Fall. Und zweitens gibt ja dieser aktuelle Lauf der Planeten im Horoskop immer wieder so ein bisschen einen anderen Touch. Da kommt mal die Energie und dann mal die Energie und damit hat man ja die Chance, diese Muster immer besser zu bemerken und dann kann sich natürlich auch ein bisschen was lösen. Und man muss auch sagen, Saturn ist eigentlich der Spätsünder unter dem Planeten. Wir brauchen da schon ein paar Jahre Übung und Training und meistens so Mitte 40, sagt man in den 40ern, bei manchen auch schon in den 30ern, wird es mit diesem Saturn ein bisschen geschmeidiger. Und das ist ja mal super oder irgendwas, was später nicht nur schlechter wird, worauf man sich sogar eigentlich freuen kann. Bei den Transiten, also wie sich die Planeten bewegen, ist es so, dass Saturn alle sieben Jahre dann einen größeren Check bei dir im Horoskop macht und alle 30 Jahre circa trifft er sich dann mit einem Geburtssaturn. Das heißt, er steht genau da, wo er bei Geburt war und zeigt dieses Thema nochmal an. Denn Saturn braucht insgesamt 29 Jahre und so ein paar zerquetschte, um diesen ganzen Tierkreis zum Runden. Das heißt jetzt aber nicht, dass Saturn nur alle sieben bis acht Jahre auftaucht. Nein, er ist eigentlich immer in deinem Horoskop und er widmet sich nur alle zweieinhalb Jahre einem neuen Thema. Und in diesen zweieinhalb Jahren, also zum Beispiel, wenn er im zweiten Haus steht, wenn du jetzt wieder diesen Radix vorstellst, diese Torte mit den zwölf Stücken, da hat es, im zweiten Haus geht es zum Beispiel um Ressourcen, um Werte, Potenziale. Da prüft er dich in dem Bereich ein bisschen ab, aber er belohnt dich auch gleichzeitig für deine Mühen. Und dann geht es weiter ins dritte Haus, da geht es um Kommunikation, dann steht er da, zweieinhalb Jahre drin, da lernt man dann oft gern was Neues, beginnt langfristige Pläne und so weiter. Und nach 30 Jahren, wie gesagt, circa, ist er dann mit diesem Tierkreis fertig. Das betone ich deswegen, weil ich in der Beratung natürlich oft gefragt werde, gerade von Leuten, die so schwierige Saturnphasen hinter sich haben, ob er denn endlich weg ist und wann er denn wiederkommt und wie lange man jetzt Ruhe hat. Und da muss ich meistens meinem ziemlich Verdutzten gegenüber erklären, dass er ja eigentlich nie weg ist, also er ist immer da. Aber in manchen Dingen, in manchen Lebensbereichen tun wir uns einfach leichter und dann fällt es uns gar nicht so sehr auf, dass Saturn eigentlich eh immer eine Rolle spielt. Ein Wort, das von uns Astrologen, Astrologinnen im Zusammenhang mit Saturn gerne bemüht wird, ist die Standortbestimmung. Manchmal sagt man auch Bilanz. Denn dieser Saturn, der steht auch immer für die Vergangenheit, das heißt für Versäumnisse genauso wie für unsere Bemühungen. Er rechnet dann quasi ab. Und genau mit sowas beschäftige ich mich gerade auf sehr vielen Ebenen, da ich als Stier, übrigens genauso wie Löwen, Wassermänner, Skorpione, diesen Saturn aktuell an einer der sensibleren Stellen im Horoskop habe. Und das ist natürlich nicht nur schlecht. Zum Beispiel merke ich sehr wohl, wo ich mich seit meinem letzten Saturntransit, vor sieben Jahren, beziehungsweise im vorletzten, vor 14 Jahren verbessern konnte. Also welche Themen ich schon ein bisschen geschafft habe, wo ich mir leichter tue. Auf der anderen Seite merke ich natürlich auch, was immer noch nicht geht, wo ich immer noch Schwierigkeiten habe, wo ich Fehler mache. Und das ist dann natürlich ein super Trigger für diesen inneren Dämpfer und Kritiker. Also noch immer nicht gut genug, immer noch zu wenig und so weiter. Und kommen dann vielleicht im Außenleben noch ein paar Schwierigkeiten dazu, dann ist natürlich diese Saturnische Arbeitsspirale perfekt. Und man sieht alles durch diesen negativen Saturnfilter. Jetzt ist es leider nicht so, dass mein persönliches Saturnmuster so wäre, wie ich es vorher skizziert habe, dass ich mich dann doppelt und dreifach anstreng und noch mehr bergauf gehe, wenn dieser innere Kritiker aufzeigt und kritisiert und so weiter. Sondern bei mir ist eher so, ich ziehe mich zurück und ich traue mich dann eigentlich gar nichts mehr machen. Und ja, ich gehe voll in die Blockade. Und dann kommt natürlich zu dem Ganzen auch noch der Grant dazu, den man auf sich selber hat. Weil man in diesem Zustand natürlich wenig zusammenbringt und sicher auch mehr falsch macht. Mit dem Podcast zum Beispiel. Also auch da habe ich Bilanz gezogen und das hat mich dann im letzten Monat ein bisschen rausgebracht. Also ein halbes Jahr mache ich dieses Projekt. Nun, das heißt so die Zeit des lustigen Ausprobierens, die ist vorbei. Jetzt schaut man sich die Zahlen an, jetzt schaut man sich die Analysen an und die Erwartungen, die man gehabt hat, prallen plötzlich mit der Realität aufeinander. Und dann kann man sich, zumindest wenn man einen schwierigen Saturn hat, zum drüberstreuen noch von dem anhören, ja, was geht besser, das klappt immer noch nicht, die anderen machen das besser als du und so weiter. Und so ist es bei mir wohl auch zu dieser Zäsur gekommen. Die Kreativität ist dann versiegt, hatte da gar keinen Mut mehr und habe mich da irgendwie verstrickt in komplizierten Gedanken. Natürlich ist jetzt meine persönliche Saturn-Problematik in Bezug auf diese Kreativität und so weiter komplett subjektiv und deine Saturn-Sachen schauen vermutlich ganz anders aus. Oder vielleicht hast du gar keine so innere Kritiker-Probleme, was natürlich wahnsinnig beneidenswert ist. Aber wenn du das Gefühl sehr wohl kennst, dass du da immer irgendwie das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist, nie zufrieden bist, dass du dich da selbst kritisierst oder total antreibst und das Gefühl hast, du musst immer was machen, immer was machen und es reicht aber nicht, dann lohnt es sich schon ein bisschen mehr, diese Saturn-Thematik anzuschauen und reinzugehen. Hemmungen sind so ein Zeichen, aber sicher auch Perfektionismus und manchmal ist es auch ein bisschen ein Mix aus den beiden. Das wären so heiße Anhaltspunkte. Die Frage aller Fragen ist natürlich, wie kommt man jetzt wieder aus diesen Rückschlägen, aus dieser Saturn-Hemmung raus? Oder wenn Saturn da der Antreiber bei dir ist, wie kann man mehr chillen, wie kann man mehr locker lassen, wie kann man diesen Antreiber ein bisschen verstummen lassen? Also mir hat wie so oft, für den Moment zumindest, hat es mir geholfen, das alles in Worte zu fassen. Dass ich diese Gefühle habe, dass ich überhaupt mir laube, diesen Rückschlag zu erleben, dass Druck da ist und vielleicht auch, dass ich mich fehlerhaft erlebe und was das mit mir macht. Also kein pseudopositives Denken, kein Relativieren, einfach mal sagen, wie es sich wirklich anfühlt. Natürlich ändert das diesen inneren Kritiker nicht, aber wenn ich mir das zumindest eingestehe, dann brauche ich weniger Kraft, um mich gegen dieses Gefühl zu wehren. Dieses Anerkennen hilft sicher mehr, als es zu verdrängen. Insofern, mein Tipp, um mit Saturn umzugehen, lautet Mut haben, aber vor allem Mut zur Schwäche. Ja, perfekt ist ja sowieso niemand. Das war mein Take zu Saturn und wenn du dich jetzt fragst, wo der bei dir für Stress sorgt, wo du vielleicht zu viel tust oder vielleicht aus einer Hemmung zu wenig tust und gar nicht dein Potenzial abrufst, dann können wir das natürlich gerne in deiner Beratung anschauen. Lässt sich natürlich super im Horoskop sehen. Und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage barbara-wieninger.at Ich wünsche euch alles Liebe und Gute und wir hören uns wieder in 14 Tagen. in 15 Tagen. Vielen Dank.